Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. In den letzten ein, zwei Wochen hatte ich ein sehr umfangreiches, im Detail Produktsuche-Video gemacht für Fortgeschrittene und gefragt, hey, ich überfliege hier so die Anfänge, die Einstellungen, die Basics. Soll ich mal ein Basic-Video machen für die wirklichen Anfänger, um dir zu zeigen, wo es wirklich losgeht, was sind so die ersten Schritte, die du auf jeden Fall machen musst, damit du erfolgreich bist bei der Produktsuche? Ihr habt in die Kommentare geschrieben, ja, mach es und hier ist das Video dazu. Deswegen schauen wir uns mal an, wie wir Helium 10 X-Ray eigentlich installieren, was die ersten Schritte damit sind, was das Programm alles kann. Plus wir gucken als nächstes in das große Tool in Helium 10 Blackbox, die Produktsuche-Datenbank, die 500 Millionen Amazon-Produkte kennt, die du filtern kannst, bis am Ende deine ideale Produktidee herauskommt. Und das schauen wir uns an und da schauen wir direkt, was sind die Filter, die wir sehen können, die wir setzen sollten, was sind die besten Entscheidungen, die man machen sollte, um wirklich das perfekte Produkt für dich zu finden. Weil jeder ist individuell und so, wie du es benutzt, wirst du da zum Ziel kommen und das finden, was du eigentlich idealerweise starten solltest. Außerdem, coole Nachricht nebenbei, Helium 10 X-Ray ist jetzt auf Deutsch. Ich zeige dir auch noch hier, wie du das Ganze umstellst und es dann auf Deutsch nutzen kannst. Also bleib im Video. Und wenn du Praxistipps, wie diese hier schätzt, rund um Amazon und so richtig loslegen willst mit Amazon, dann abonnier den Kanal, falls du es noch nicht hast. Klick auf Abonnieren, auf das Glockensymbol daneben. Dann verpasst du keinen neuen Upload von mir und gehörst zur größten Amazon-Community hier im deutschen YouTube. Also auf geht's ins Video. Legen wir also los mit unserer Aufgabe heute. Wir wollen Helium 10 komplett kennenlernen von vorne bis hinten. Wir wollen es einrichten und uns einen Account machen und alles hier siehst du in dem Video. Starten wir aber einmal darum, worum es geht. Ich gebe dir mal eine ganz schnelle Übersicht. Wenn du Amazon-Händler bist und du bist am Recherchieren nach deinen Produktideen, möchtest du Helium 10 wahrscheinlich anfangs bei der Produktsuche nutzen. Ich kann dir aber sagen, auf deiner Reise in dein Amazon-Business wirst du es mehr und mehr schätzen und die über 25 Programme davon mehr und mehr nutzen. Heute starten wir aber wirklich mit den Software-Tools für die Produktsuche. Und darauf greifen wir einmal zu, auf der Helium 10 Webseite selber mit den Web-Tools. Das sind die meisten. Aber auch direkt im Google Chrome Browser. Und das brauchen wir schon mal regelmäßig, wenn wir Amazon benutzen. Denn wenn wir bei der Produktsuche sind auf Amazon, dann willst du Daten sehen. Du willst sehen, wie gut sich die Produkte verkaufen. Und das können wir direkt hier im Browser machen mit Helium 10 X-Ray. Das ist eins der Programme, die du direkt aus deinem Browser heraus öffnest. Und mit einem Klick öffnet sich hier das Menü und ich kann X-Ray öffnen. Und da bekomme ich schon mal jede Menge gute Daten angezeigt, mit denen ich dann absolut meine Entscheidung treffen kann, ob es das nächste Produkt ist, was ich selber starte in meinem Amazon-Store. Und das gucken wir uns gleich genauer an. Aber im ersten Schritt zeige ich dir erstmal, wie du dir X-Ray überhaupt holst. Und der geht nämlich los im Google selber. Ich hoffe, du hast den Google Chrome Browser auf deinem Computer installiert. Wenn du es nicht hast, mach es jetzt. Und wenn du nur noch die Frage hast, ob du einen Computer brauchst oder alles vom Handy machen kannst. Nein, das ist etwas, was nur auf dem Computer funktionieren wird. Und deswegen öffne den Chrome Browser und gib ein Helium 10 Erweiterung. Denn für Google Chrome lassen sich Erweiterungen installieren. Und dann siehst du ein paar Werbungen. Und das erste, was keine Werbung ist, sollte dieser Link sein auf den Chrome Store auf Google.com. Und das kannst du anklicken. Und dadurch gelangst du direkt in den Google Chrome Store, wo du Erweiterungen installieren kannst. Und das sollte die Helium 10 Erweiterung sein. Die heißt Helium 10, die ist von Helium 10. Und dann findest du hier den Button hinzufügen. Bei mir sieht es anders aus, weil ich es natürlich schon installiert habe. Deswegen ist da die Bezeichnung anders. Aber für dich ist der erste Klick hierhin, um die Google Chrome Erweiterung von Helium 10 zu installieren. Das ist mit einem Klick gemacht. Und was kommt dann? Dann frag dich auch die Erweiterung, ob du dich einloggen willst. Das solltest du machen. Und dazu musst du einen Nutzer-Account haben bei Helium 10. Und den kannst du machen am besten hier über den Link, den ich unter das Video gepostet habe. Der führt dich nämlich hier auf meine Rabatt-Seite. Helium 10 hat mir zwei Rabatt-Codes gegeben. Einen von beiden kannst du einlösen. Aber über den grünen Button machst du dir erstmal einen Account, der ist kostenlos. Und der hat ein paar Benutzungen inklusive. Dabei werden diese Rabatt-Codes wichtig. Die kannst du nämlich einlösen. Entweder Markus mit C50. Am besten kopierst du es hier direkt weg. für 50% im ersten Monat. Dann sparst du die Hälfte. Dann zahlst du einen Monat nur die Hälfte. Oder Markus 10 für 10%, aber lebenslang, solange du Helium 10-Kunde bleibst. Du musst dich allerdings für einen von beiden Codes entscheiden. Das ist eine Neukundenaktion. Und wenn du das machst, führt es dich auf diese Seite, wo du entscheiden sollst, zwischen dem Platinium-Plan, dem Diamond-Plan, dem Elite-Plan. Oder ganz unten, wenn du runterscrollst, da findest du noch alles à la carte. Wenn du sagst, ich will anfangs nur Blackbox haben, das ist ganz wichtig. Das gucken wir uns nachher an. Für die Produktsuche, die Produktsuche-Datenbank und X-Ray, die Chromerweiterung. Und für Leute, die einsteigen und sagen gleich, ich möchte alles haben. Oder Leute, die schon seit ein, zwei Jahren dabei sind und eine ganze Reihe von Produkten online haben, wird höchstwahrscheinlich der Platinium-Plan völlig ausreichen. Bis du daraus wächst, dauert es eine ganze Weile. Und wenn es soweit ist, wirst du es wissen, wenn du irgendwas Teures willst. Deswegen empfehle ich auch ganz stark, mit dem Platinium-Plan zu starten. 99 Dollar bzw. 10% Rabatt lebenslang runter mit Markus 10. Wenn du das gemacht hast, ist dein Helium-Ten-Zugang jetzt völlig einsatzbereit. Und du kannst loslegen mit der Produktsuche. Und das machen wir auch mal hier auf Amazon. Und das demonstriere ich mal hier mit einer Produktidee. Das ist ein Ping-Pong-Set. Das ist also ein Set, was nicht nur Schläge hat und nicht nur Bälle hat, sondern auch ein Netz, was man auf eine Platte aufziehen kann. Also ziemlich cool, wenn man draußen im Freien irgendeine Ping-Pong-Platte sieht, kein Netz dran ist. Du hast alles mit in deiner Tasche. Ziemlich cooles Produkt. Und jetzt willst du erst mal sehen, lohnt sich denn das Ganze überhaupt anzubieten, wenn ich ein Händler bäre, der genau sowas anbietet. Und deswegen öffnen wir mal X-Ray. Und das ist das erste Tool, was wir immer nutzen, wenn wir Produktideen kontrollieren. Und das sagt mir auf Anhieb schon mal eine ganze Menge. Und zwar das Wort Ping-Pong-Set wird 209 Mal im Monat gesucht. Und der gesamte Umsatz auf der ersten Seite sind 151.000 Euro im Monat. Für die Amazon-Kunden solche Sets bestellen. Durchschnittlich pro Listing 3.100 Euro. Durchschnittspreis 22 Euro und Durchschnittsbewertung 55. Du siehst hier, die Spalten sind alle in Englisch beschrieben. Das können wir jetzt aber leicht ändern, weil Helium 10 ist dran, das Ganze auch für den deutschen Markt anzupassen. Dass die Beschreibungen, die ganze Software auf Deutsch ist. Und das hat bereits angefangen mit den Web-Tools hier. Und da kannst du hier unten auf das Zahnrad klicken, das hier unten rechts in der Ecke ist. Wenn du das Helium 10 Menü im Google Chrome Browser angeklickt hast. Und das bringt dich hier in die Einstellungen, wo du dann sagen kannst, wechsel die Sprache auf Deutsch. Und wie du siehst, sind die Feldbezeichnungen, die gerade Englisch waren, jetzt auf Deutsch umgesetzt. Ziemlich cool, dass es das gibt. Und jetzt sehe ich hier, wie sieht es aus. Auf der ersten Seite sind so typisch knapp 50 Produkte gelistet. Und die sehen wir hier auch von Position 1 bis 50 durchnummeriert. In der Reihenfolge, wie sie erscheinen. Die ersten sind immer Werbeanzeigen. Und das, was kein SP in der Zeile hat, das ist wirklich ein echter Treffer, den Amazon dort anzeigt, weil er viel gekauft wird und den Kunden deswegen vorschlägt. Und da sehen wir eben den Titel. Wir sehen ein kleines Vorschaubild. Und wir sehen die Asin, die Amazon Artikelnummer. Die Marke, den Preis, wie viele Einheiten verkauft werden. Und zwar der erste Verkäufer, der verkauft gleich mal 1.158 Einheiten davon im Monat. Wir sehen eine Verkaufsgrafik und den Umsatz. 17.700 Euro Umsatz im Monat macht er mit dem Tischtennis-Set. Also sehr, sehr lohnenswerter Artikel offenbar für den Händler. Wir sehen durchschnittliche Bewertungen, die Bewertungsanzahl, was sehr, sehr wichtig ist, um einzuschätzen, umzuschätzen, ob sich das für uns lohnt, einen neuen Artikel dazwischen zu tun. Und die sind hier hoch. Das kann man hier gleich sehen. 3.300, das ist eine ganze Menge. Wenn du dein Produkt startest, mit 0 Bewertung anfängst und ein Kunde entscheiden soll, ob er dein Produkt kauft mit 0 Bewertung oder das hier, was schon 3.350 Mal positiv bewertet wird, dann wird er wahrscheinlich zu dem Altbewerten greifen. Also deswegen halt Bewertung auf jeden Fall immer in Auge, gleich nach dem Umsatz. Und dann sehen wir noch eine ganze Menge mehr. Wir sehen die Größe, wie Amazon das einordnet und zwar in der Kategorie Standardpaket. Und das entscheidet hinterher, wie viel Kosten ist im Lagerhaus produziert und wie viel Kosten ist beim Versand produziert. Und deswegen wollen wir möglichst kleine Abmaße haben. Die Anbieter nutzen hauptsächlich FBA, das heißt, die lagern ihre Produkte bei Amazon. Du siehst noch hier die Abmessung und du siehst auch, das ist sehr interessant, wie lange das Produkt schon da ist. Wenn das alles hier erst seit diesem Jahr da wäre, dann würde ich sagen, das ist ein Trendprodukt, das ist mir zu neu. Da möchte ich auch möglichst sehen, dass es möglichst schon lange da ist. Also ziemlich, ziemlich cool, was wir hier im X-Ray alles angezeigt bekommen. Aber das ist noch nicht alles, was wir mit dem Chrome-Tool sehen, weil da haben wir noch ein paar andere Reiter. Und dafür habe ich gleich mal ein Produkt geöffnet und da sehen wir hier schon das Erste, was du nur angezeigt bekommst. Wenn du Helium 10 installiert hast, wenn ich hier die Maus drauf führe, dann bewertet Helium 10 gleich, wie gut das Listing angelegt ist. Umso weniger der Händler übersehen hat, umso härter wird er wahrscheinlich zu schlagen. Und der hat eine gute Score von 8,9 von 10. Also der hat sein Listing wirklich sehr, sehr gut ausgefüllt und sehr viel Potenzial benutzt. Da ist mein Tipp, fahr da immer mal drauf und suche wirklich nach Produkten, die sich gut verkaufen, aber hier viel rot ist, weil er viel überhaupt gar nicht beachtet hat. Und das ist dann deine Chance, es besser zu machen und ihm deswegen die Umsätze praktisch wegzunehmen. Außerdem bekommen wir hier noch einen richtig großen Graph angezeigt. Das ist die Preisveränderung. Du siehst, wie sich der Preis hier über die Zeit entwickelt hat. Was aber noch interessanter ist, das ist der Profitrechner, der Rentabilitätsrechner, den wir hier über das Menü auch öffnen können. Und der importiert direkt aus Amazon jede Menge Daten und zwar den Preis von dem Produkt, die Größe, das Gewicht, was ja einfach zum Versand dann hinterher wichtig ist. Und schätzt auch schon die Herstellungskosten von so einem Produkt. Und da siehst du, dass der Händler circa 20% Gewinn macht, wenn er ein Produkt verkauft. Und das wird höher oder tiefer sein. Und da würde ich auf jeden Fall mal gucken, vielleicht noch ein bisschen höher zu kommen, eher Richtung 30%, dass du ordentlich Budget hast, falls mal noch andere Kosten entstehen. Wie zum Beispiel Werbung, die du vielleicht schalten willst. Also ein sehr, sehr cooles Tool. Genauso wie zum Beispiel Review Insights. Damit kannst du dir nämlich auf einen Blick anschauen, wie zufrieden die Kunden sind. Alles immer noch hier aus dem Chrome Tool. Du siehst echt so viel. Du siehst, die Kunden bewerten das Produkt durchschnittlich mit einer 4,6 von 5 Sternen, was ziemlich gut ist. Wir können zum Beispiel direkt angucken, womit sind die Leute unzufrieden und gucken uns mal nur die 1- und 2-Sterne-Bewertung an. Und das habe ich jetzt rausgefiltert. Und da sehe ich direkt die erste Bewertung billig, ging nach einem Monat schon kaputt. Die Kellen lösen sich. Nach zwei Spielen beginnt die Beschichtung zu lösen. Also da sehe ich die typischen Probleme, die der Verkäufer mit dem Produkt hat. Und das bereitet mich schon vor, bei der Produktsuche die Hersteller wirklich auf den Zahn zu fühlen. Wie sind die Eigenschaften von eurem Produkt? Kann sich da die Beschichtung ablösen? Und ich komme direkt gleich mit qualifizierten Fragen, wenn ich nach solchen Produkten in China zum Beispiel suche. Springen wir jetzt aber hier an der Stelle weiter auf das Web-Tool von Helium 10. Denn ich habe gesagt, dass die Chrome-Erweiterung nur ein Teil ist. Und das ist der kleine Teil, den du von Helium 10 bekommst. Und den Rest hast du hier. Über 25 verschiedene Software-Tools sind das. Und am meisten würde dich am Anfang wahrscheinlich Blackbox interessieren, weil das ist das Tool zur Produktrecherche. Und das interessiert am Anfang die meisten. Dann hast du noch Keyword-Recherche mit Cerebro und Magnet, wo du auslesen kannst, was für Suchbegriffe die Kunden benutzen, um so ein Produkt zu finden, wie dieses Tischtennis-Schlägerset. Dann hast du Marketing-Tools dabei. Adtomic, um zum Beispiel eine Werbeanzeige, die du auf Amazon schalten kannst, zu optimieren. Und das meiste aus deinen Werbebudgets zu holen. In Portals, wo du Pages machen kannst, um in Kontakt mit deinen Kunden zu kommen. Um deinen Kunden zum Beispiel zu sagen, hey, du kriegst hier noch ein weiteres Anleitungsheft als PDF. Komm dazu in meine Facebook-Gruppe, in meine Kundengruppe, um später jederzeit wieder auf deine Kunden zugreifen zu können, um mir vielleicht neue Produkte und Rabattaktionen vorzuschlagen. Dann hast du alles, was du brauchst, um dein Produkt zu optimieren, deine Beschreibung anzulegen. Frankenstein, das verarbeitet Suchbegriffe, Scribbles. Daraus baust du dann schließlich deinen Verkaufstext auf der Amazon-Seite und schließlich noch eine ganze Menge weitere Tools zum Thema Marketing. Und dann hast du außerdem Analytics da drin, den Keyword-Tracker. Der hält dir immer fest, auf was für Position dein Produkt in den Suchen findbar ist, unter den verschiedensten Suchbegriffen. Weil dieses Ping-Pong-Set kann vielleicht für dich auf Platz 3 erscheinen, wenn ein Kunde das sucht. Aber unter Tischtennisschläger-Set bist du Platz 11. Und dann weißt du, okay, da will ich vielleicht dran arbeiten, dass ich da auch noch weiter raufrutsche, noch sichtbarer werde. Und all solche guten Sachen siehst du dann dort. Und dann hast du noch weitere Tools darum. Profits, super, super wichtig. Das zeigt dir, wie viel Umsatz dein Shop macht, wie viel Umsatz du pro Produkt machst. Heute, gestern, in den letzten 30 Tagen, in den 12 Monaten du siehst, wie sich dein Shop entwickelt, welche Produkte sich sehr gut entwickeln, bei welchen Produkten du darauf achten musst. Und dann hast du noch jede Menge mehr wie Alerts. Das ist wirklich, wie der Name sagt, ein Alarm. Stell dir vor, du hast irgendwann 10 Produkte in deinem Shop und du merkst gar nicht, du siehst, das Geld kommt. Aber eins der 10 Produkte ist plötzlich gesperrt auf Amazon. Alerts gibt dir in dem Fall direkt eine Mitteilung raus. Oder ein anderer Verkäufer springt auf dein Listing, auf dein Angebot und verkauft ein ähnliches Produkt, was er gar nicht darf. Und nimmt dir dann dadurch die Umsätze weg, weil dich im Preis unterbietet. Und auch darüber informiert dich Alerts, damit du aktiv werden kannst und Amazon Bescheid geben kannst, den fremden Verkäufer dort zu entfernen. Und das sind solche Tools, die du am Anfang vielleicht gar nicht suchst, aber wenn du ihn wirklich verkaufst, so richtig schätzen lernst. Genau wie Refundgenie. Weil Amazon, die verlieren auch mal Ware. Kunden schicken Ware zurück. Amazon sortiert es vielleicht gar nicht wieder ins Lager ein, obwohl die das eigentlich müssen. Und das siehst du auf dem Knopfdruck bei Refundgenie und kannst gleich einen Antrag auf Erstattung stellen. Und dir geht so mit kein Geld durch die Lappen. Also sehr, sehr wichtig. Das sind wirklich Tools, die wirst du über die Zeit so richtig schätzen lernen. Aber wir starten jetzt erst mal wie versprochen bei Blackbox und machen mal eine Produktsuche aus der Datenbank. Blackbox kennt über 500 Millionen Amazon Produkte und die ganzen Daten dazu. Und wenn du an der Stelle bist, eine Produktidee zu suchen, du brauchst im Idealfall nur ein Produkt, was du starten willst. Was nimmst du? Also dafür ist Blackbox da, um dir die Entscheidung einfacher zu machen. Und dafür gibst du erst mal vor, in welcher Nische du überhaupt handeln willst. Und das machst du direkt hier am Anfang unter Kategorien. Und da zeige ich dir mal ein paar, die sich lohnen, wie Auto und Motorrad, Baby, Baumarkt, Beauty. Wobei ich da gleich sage, achte darauf, dass es Produkte sind, die man nicht konsumiert, wie Lebensmittel. Weil da musst du jede Menge Nachweise mitbringen, dass es auch verträglich ist, wie es produziert wurde. Idealerweise keine Produkte, die du auf die Haut aufträgst, wie Pflegeprodukte, keine Nahrungsergänzung, was du einnimmst. Da musst du sehr viel sicher gehen. Und wenn du jetzt fragst, warum ich dann Beauty auswähle, zum Beispiel eine Haarbürste, die ist auch in der Kategorie drin. Oder vielleicht ein Organizer, irgendwas, wo du deine Tabletten drin aufbewahrst. Sowas ist absolut okay und darin zu finden. Bekleidung würde ich nicht nehmen. Du willst nichts haben, was sehr viele Retouren produziert. Und da kannst du fast ausgehen, dass 50 Prozent von dem, was Leute kaufen, wieder zurückgeschickt wird, nachdem es ein Wochenende getragen wurde. Also halte ich von sowas fern. Dann auch keine Elektronik, weil auch da hast du eine sehr, sehr hohe Verantwortung, wie es produziert wurde und an Tests. Deswegen ist Büro und Schreibwaren gut. Computer und Zubehör nehme ich mal raus. Aber auch das kann jetzt zum Beispiel was ganz Einfaches sein, wie ein Mousepad. Auch hier wie ein Organizer, ein Kabelbinder oder sowas ganz Einfaches. Deswegen kannst du auch ruhig in solchen Kategorien suchen, wenn du die richtigen Produkte im Auge behältst. Drogerie und Körperpflege, Elektronik und Foto klicke ich jetzt auch nicht an, weil wir keine Elektronik wollen. Aber hier kann es auch das Stativ für die Kamera sein, was echt recht wenig Mechanik hat. Also darin kannst du mal suchen, kein Problem. Garten, Bücher und Games wollen wir nicht, weil ein Buch, was ein Autor schreibt und ein Verlag druckt, das kann nur der Verlag drucken und vertreiben. Wir wollen möglichst Produkte selber irgendwo beim Hersteller kaufen und unser Markenlogo aufdrucken lassen. Das ist am profitabelsten. Da ist die Gewinnspanne am höchsten. Und wir haben so viel zur Auswahl. Irgendwas müssen wir ausschließen. Gewerbeindustrie, Haustier ist gut. Kamera und Foto gilt das Gleiche. Ist Elektronik, gibt es aber jede Menge wirklich rein mechanische Dinge. Koffer, Rucksäcke und Taschen kommen auch eher wie Bekleidung, klicke ich deswegen nicht an. Küche, Haushalt unbedingt. Musik, Instrumente, Equipment lasse ich auch außen vor. Aber auch da gibt es jede Menge Ausnahmen. Schmuck ist auch zu sehr abhängig vom persönlichen Geschmack. Da muss man absolut wissen, was man tut. Deswegen klicke ich es nicht an. Spielzeug und Sport und Freizeit. Also wenn das gerade neu für dich war, spring doch mal zurück ein paar Sekunden und schreib es dir mit. Und das sind die Kategorien, die sich besonders lohnen als Anfänger. Warum beschränke ich das also? Ganz einfach. Wir wollen nicht zu hoch im Umsatz kommen. Wenn du Produkte anguckst, die 50.000 Euro Umsatz im Monat machen, dann sind die auch interessant für sehr viel, sehr, sehr gute Verkäufer, die genau wissen, was sie tun. Für die lohnt sich eher die Produkte nicht, die für Anfänger um wieder interessant sind, die einfach ihre ersten Tausende Euro, 10.000 Euro Umsatz im Monat machen wollen. Deswegen starte nichts, was gleich 50.000 Euro Umsatz im Monat macht. Wahrscheinlich hast du auch gar nicht das Budget, so viel Ware vorzufinanzieren für die nächsten Monate, um vielleicht für vier Monate schon mal eingedeckt zu sein. Deswegen begrenze das ruhig. Preis sollte irgendwas sein, was günstig genug ist, um sich spontan zu entscheiden, aber nicht zu teuer ist, damit Leute ewig lange nachdenken. Zum Beispiel irgendwie ein 500-Euro-Produkt. Da lesen Leute viele Tests, bevor sie sowas kaufen. Deswegen sei im Preis ein bisschen tiefer, aber auch nicht zu tief. Wir wollen keine Billigprodukte. Wir wollen Produkte, wo man wirklich schon eine Gewinnspanne hat. Und deswegen gebe ich hier mal beispielsweise 20 bis 50 ein. Das kannst du aber auch variieren, wie du es willst. Review-Account auch ganz wichtig. Wir wollen nichts starten, was zu viele Bewertungen hat. Was schon sehr viele Bewertungen hat, hat höchstwahrscheinlich sehr professionelle Händler, die schon lange verkaufen. Und deswegen schränke ich das auch immer ein. Alles, was tausend Bewertungen hat, da wird es schwierig reinzukommen. Deswegen mache ich mal hier als Basis Maximum 125 und dann hast du hier auf der Seite noch mehr Filter. Ich sage mal suchen. Und Helium 10 zeigt dir maximal 200 Produkte an. Wenn du die siehst, dann musst du weiter filtern, um kein Potenzial zu verschenken. Das haben wir ja auch. Über 200 Produkte gefunden. Das heißt, ich würde mir hier vielleicht ein paar Kategorien abwählen und nicht zu viel auf einmal suchen, sondern eher nacheinander. Ich kann aber auch hier noch weiteres machen. Ich kann zum Beispiel sagen, Numbers of Sellers Maximum 1. Das heißt, wir kriegen schon mal alles ausgeblendet, was typisch Großhandelsware ist, wie die Puma-Socken, die 50 Händler auf Amazon gleichzeitig anbieten, weil alle, die vom Großhändler kaufen, sowas wollen wir nicht. Dann kannst du auch überlegen, den Variation Count, die Anzahl der Variationen einzuschränken, weil du vielleicht nichts starten willst, wie ein Badehandtuch, was du in 5 Größen und in 10 Farben haben willst und gleich schon mal 50 Ausführungen kaufen musst, sondern vielleicht nur Produkte, die ein oder zwei Variationen haben. Da kannst du es hier passend eingrenzen. Auch das Gewicht würde ich vielleicht eingrenzen. Das sollte auf jeden Fall unterm Kilo bleiben. Und da Helium 10 aus den USA kommt, rechnen die in Pounds, also in Pfund. Und ein Kilo sind zwei Pfund. Und deswegen gebe ich hier ein 1,5, das heißt anderthalb Pfund. Da sind wir ungefähr bei 750 Gramm. Höher sollten wir nicht kommen. Und jetzt haben wir noch jede Menge, die wir anpassen können. Zum Beispiel wollen wir nur Produkte ansehen, die auch wirklich per FBA verkauft werden. Typischerweise können wir damit schon mal alles ausschließen, was groß, sperrig ist und absolute Saisonware, wie vielleicht Plastikweihnachtsbäume, die nur einmal im Jahr gekauft werden. Die werden meistens nicht von Händlern bei Amazon gelagert, sondern in ihren eigenen Warenhäusern. Und solche Produkte sind uninteressant. Wir wollen Evergreen-Produkte, die das ganze Jahr gekauft werden. Deswegen klicke ich hier auch direkt FBA an. Jetzt können wir auch zum Beispiel sagen, es sollen bestimmte Sachen im Titel enthalten sein oder bestimmte Sachen ausgeschlossen werden. Wenn ich zum Beispiel sage, ich sehe hier zu viele Sachen von Sportherstellern, kann ich sagen Nike, Puma und andere Marken hier eingeben. Oder eben alles, was ich ausschließen möchte, kann ich hier machen. Ich kann hier auch direkt Verkäufer ausschließen, aber ich würde sagen, wir klicken nochmal auf Search und sehen, obwohl wir so viel eingegrenzt haben, sind wir immer noch bei 200 Produkten. Also meine beste Empfehlung wäre hier erstmal Kategorien abzuwählen. Das mache ich auch. Ich lasse mal nur eine übrig. Und zwar wird das Haustier sein. Wir suchen jetzt nur in der Kategorie Haustier mit den Filtern, die wir aber gesetzt haben. Und jetzt sehe ich, wir sind wirklich runter auf 22 Produkte. Und jetzt haben wir eine wirklich schöne Übersicht, die wirklich sehr spezifisch ist von Produkten. Und jetzt gucke ich mir an, was mir Helium 10 dort vorschlägt. Und was ist das erste? Ein Schnüffelteppich für den Hund. Du findest höchstwahrscheinlich hier jede Menge Produkte. Du bist ja gerade noch gar nicht kanntest. Also das ist auch für mich immer interessant. Und das ist wirklich ein sehr, sehr einfaches Produkt. Da werden die Leute nicht viel Anspruch haben. Es kann auch nicht viel kaputt gehen. Du kannst von hier aus das Ganze auch direkt angucken. Also es kostet 35 Euro knapp und der Anbieter macht damit 8700 Euro Umsatz Monat für Monat. Das heißt 100.000 Euro im Jahr mit so einem einfachen Produkt. Und hier kannst du sagen, go to Amazon und dann siehst du es direkt an. Wie sieht ein Schnüffelteppich für den Hund aus? Also sehr interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass es ein Produkt ist. Aber wie du siehst, Leute kaufen es. Und wenn dich jetzt interessiert, wie dann so die Konkurrenz aussieht, die Nische aussieht, ist mein bester Tipp. Kopiere dir hier den Begriff, der es am genauesten beschreibt, aber höchstwahrscheinlich von den meisten Kunden benutzt wird. Wie Schnüffelteppich, Hundebeschäftigung. Ja, probieren wir es doch gleich mal. Ich gehe auf die Startseite zurück, suche immer von der Startseite. Dann bist du nicht in bestimmten Kategorien. Dann kopiere ich es hier oben in die Suche rein und dann sehe ich nur Schnüffelteppich, wie es aussieht. Und das Schöne ist, das sehe ich immer gerne, die sind wirklich sehr, sehr verschieden, wie du siehst von den Bildern. Das heißt, auch wenn du jetzt einen Schnüffelteppich anbieten willst, dann bist du nicht der hundertste Verkäufer, der genau das gleiche, identische Produkt hinzufügt, sondern möglichst hast du ein paar eigene Ideen, sagst das deinem Hersteller, den du suchst und der macht dir etwas, was ganz anders aussieht. Und Leute scrollen dann und sagen, hey, das ist mein Produkt, das will ich kaufen. Und deswegen werden auch hier Verkäufer Umsatz machen, die nicht unbedingt auf den allerersten Platz sind. Das gucken wir uns jetzt natürlich wieder an mit X-Ray. Dafür haben wir die Chrome-Erweiterung installiert. Und da sehen wir 28.550 Euro macht der Top-Verkäufer, 14.000, 12.000 Euro. Aber wenn wir tiefer scrollen, sehen wir hier noch 6.800 Euro, 2.500 Euro, hier wieder 4.500 Euro, 16.000 Euro. Also viele, viele Händler mit hohen vierstelligen und fünfstelligen Umsätzen bei dem Produkt, was wir gerade mal durch ein paar Mausklicks gefunden haben. Und so würde ich jetzt durchforsten, Stück für Stück, was wir hier finden und gucken, was sich davon lohnt. Auf dem Kanal hier mache ich einfach regelmäßig Produktsuche-Videos. Deswegen, wenn du nicht abonniert bist, hol es jetzt nach und krieg regelmäßig Anleitung, wie wir da genau vorgehen. Aber gehen wir mal zurück nach oben, weil Helium 10 Blackbox hat nicht nur diese Strategie, um Produkte zu suchen, weil dort gucken wir wirklich nach dem, was sich gerade sehr gut verkauft, aber vielleicht irgendwelche Schwächen hat, wo wir noch dazwischen können. Es gibt auch einen ganz anderen Ansatz, die Keyword-Suche. Da suchen wir nämlich im Unterschied nicht nach direkten Produkten, wir suchen nach den Suchbegriffen, die Kunden eingeben und schauen dann, ist da ein Suchbegriff dabei, der vielleicht interessant ist, um ein Produkt dafür zu liefern. Das ist ein ganz anderer Ansatz und deswegen haben wir auch hier andere Filter. Startet mit Search-Volumen, das Suchvolumen. Da geben wir an, wie häufig unser Begriff mindestens im Monat gesucht werden sollte und ich sage mal mindestens 3.000, maximal 15.000. Wir starten jetzt mal und wir sehen, wir haben neun Phrasen gefunden mit den Filtern, die ich jetzt schon gesetzt habe. Roborock S7, Wischtücher, das ist offenbar für einen Haushaltsroboter oder sowas. Tablet schwarz, also da sucht jetzt jemand ein schwarzes Tablet. Wirklich sehr einfaches Produkt, was aber ständig gekauft wird auf Amazon. Auch sowas kann interessant sein. Sehen wir noch was. Weihnachtskugeln-Aufbewahrung. Interessant. Jetzt, wo ich das Video hier aufnehme, ist gerade Ende Januar, die Leute, die haben ihren Weihnachtsbaum weggepackt und jetzt suchen sie etwas, wo sie die Kugeln aufbewahren kann. Interessant. Moritz und Moritz Geschirr könnte eine Marke sein, würde ich jetzt nicht machen und so kannst du hier die Suchen durchgehen und auch hier kannst du direkt wieder gucken, wie das Ganze auf Amazon aussieht und das öffnet mir jetzt in diesem Fall Tablet Sparts, was ich gerade gesehen habe als Suchbegriff und da sehe ich auch, okay, die gibt es rund, die gibt es eckig, die gibt es wahrscheinlich aus Metall und aus Holz. Das heißt, auch hier kann man wieder jede Menge Variation machen und sich dann schließlich von dem absetzen, was es jetzt schon gibt. Also das war hier mal, würde ich sagen, die Einführung in Helium 10 X-Ray, in Helium 10 Blackbox. Die Frage kommt übrigens auch häufig, ob du Helium 10 nutzen kannst, ohne einen Verkäuferaccount bei Amazon zu haben und das ist richtig. Für die Produktsuche brauchst du noch keinen Verkäuferaccount bei Amazon, damit kannst du direkt loslegen, bevor du überhaupt bei Amazon angemeldet bist. Ab einer Stelle wird es dann aber nötig, wenn du die Tools benutzt, die dir zum Beispiel deinen Gewinn anzeigen, deinen Lagerbestand anzeigen, weil du kannst Amazon ganz offiziell mit deinem Helium Account verbinden. Helium 10 ist zugelassener Entwickler von Amazon, die arbeiten tatsächlich zusammen und deswegen hat Amazon so etwas wie einen Token, das ist eine kleine Datei, die du runterlädst und dann bei Helium 10 rauflädst. Das erlaubt Helium 10 Daten aus deinem Seller Central zu ziehen, damit du gleich im Helium 10 siehst, was deine Umsätze sind, was dein Bestand sind und dann bekommst du deine Daten direkt aus Amazon gezogen und siehst die mit viel höherer Genauigkeit, als wie sie dir Amazon überhaupt selber anzeigt, wenn du dich in deinem Händlerzugang einloggst. Das wirst du später sehen und deswegen ist es sehr wichtig, das hinterher zu machen und dieser Software-Schlüssel, dieser Token, der ist leicht eingerichtet, das machst du einmal zum Start und Helium 10 zeigt dir übrigens auch ein Anleitungsvideo dazu. Wenn du wissen willst, wie du Produkte einkaufen kannst, dafür habe ich auch jede Menge Anleitungen, das Video hier will ich aber nicht zu lang werden lassen, deswegen lassen wir es hier mal heute gut sein. Wenn du das Video bisher gut fandst, lass auf jeden Fall ein Like da, dass du mir so zeigst, dass du solche Anleitungen schätzt, freut mich ungemein, da von dir zu hören. Genauso, wenn du Fragen hast, schau unten in die Kommentare. Einen der Kommentare werde ich jetzt schon vorlesen und mal gucken, ob es da vielleicht noch was Interessantes gibt, was ich hier hinzufügen kann von euch. Ich freue mich immer, mit euch zu diskutieren. In den Kommentaren findest du auch den Link zum Helium 10, wenn du dir jetzt einen Account machen willst. Und fürs heutige Video habe ich mal einen Kommentar rausgesucht von Mustafa. Er hat nämlich eine kritische Frage gestellt, was eigentlich zum Thema passt und hat gefragt, Markus, ich hätte mal die Frage an dich, wie ich mitbekommen habe, gibt Amazon seit fast zwei Jahren keine Daten mehr raus, dass das Produkt finden mit Tools wie Helium 10 erst ermöglichte, wie kann man denn jetzt der Software vertrauen, dass sie die richtigen Aussagen trifft? Ist eine gute Frage, dass du etwas gehört, was nur teilweise stimmt. Das ist schon ein paar Jahre länger her, da hat Amazon tatsächlich alle Umsatzdaten, wie wir sie vorhin ansehen konnten, mit X-Ray ganz öffentlich gemacht. Dann haben sie es abgestellt, dass es nicht mehr funktioniert. Helium 10 hat eine große Datenbank mit über 500 Millionen Amazon-Produkten, mit jedem Mengen Daten, die sie da zu sammeln. Was Amazon noch veröffentlicht, ist der BSR, der Bestseller-Rank. Das sind sozusagen die Verkaufsscharts der Produkte. Und damit siehst du, wer an welcher Stelle an dem Tag ist, mit den meisten Umsätzen. Das kann Helium 10 auslesen. Und außerdem hat Helium 10 natürlich von jede Menge Mitgliedern Token installiert und kriegt zusätzliche Daten von Amazon. Und ein großer Teil der über 300 Helium 10 Mitarbeiter ist das Programmiererteam. Das sind Mathematiker, das sind Programmierer, die einen Algorithmus erarbeitet haben, der dir eben genau ausrechnet, wie hoch der Umsatz für ein bestimmtes Produkt ist. Und das beruht auf einer Seite auf den Daten, die sie haben, auf der anderen Seite auf das, was der Algorithmus errechnet, um Lücken zu schließen. Und wenn du selber verkaufst, wirst du sehen, wie nah Helium 10 immer an den echten Daten ist. Deswegen lohnt es sich, da auf den Größten zu setzen und nicht auf irgendeinen kleinen Nischenhersteller, weil Datengenauigkeit, das ist, was wir brauchen. Also wenn du bis hierhin geguckt hast, hoffe, das war sehr interessant für dich. In jedem Fall wünsche dir viel Erfolg beim Nachmachen. Jetzt hast du alles in der Hand, um loszulegen. Mehr kommt hier auf den Kanal. Und damit bedanke ich mich fürs Ansehen. Hab eine großartige Woche. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.